Irene, Irene, was tust du da? Du wirst doch nicht mit dem Großpapa Irene, Irene, der alte Mann Wenn du ihn verführst, was fang ich an? Nimm lieber deinen Onkel oder deinen Vetter Die sind beide noch jünger und bestimmt viel netter Irene, Irene, was tust du da? Du wirst doch nicht mit dem Großpapa Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du wirst doch nicht mit dem Großpapa Wenn du ihn verführst, was fang ich an? Nimm lieber deinen Onkel oder deinen Vetter Die sind beide noch jünger und bestimmt viel netter Die sind beide noch jünger und bestimmt viel netter Vielen Dank.